Das ist das Wolkenatlas Sextet? Ich kann es einfach nicht mehr ausschalten. Es gibt nur eine Handvoll Exemplare davon. Aber trotzdem kenne ich es. Ich weiß es genau. Das ist sie. Die Musik aus meinem Traum. Ich habe ganze Sätze darin in der Vorstellung geschrieben, dass wir uns in verschiedenen Leben, verschiedenen Epochen immer wieder begegnen. Ich kann nicht erklären, warum. Aber als ich vorhin diese Tür öffnete, da ereilte mich ein intensives Déjà-vu. Ich habe sie im Schlaf gehört. In einem albtraumhaften Café. Und alle Kellnerinnen... Willkommen im Papas Zorn! ...hatten das selbe Gesicht. Versteck dich nicht. Ich weiß, du bist. Sonmi 451. Gestern führte mein Leben in eine Richtung. Heute führt es in eine andere. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, das Universum ist gegen sich? Furcht, Glaube, Liebe, Phänomene, die den Verlauf unseres Lebens bestimmen. Diese Kräfte nehmen ihren Anfang lange vor unserer Geburt und überdauern unseren Tod. Unsere Leben gehören nicht uns allein. Wir sind verbunden mit anderen. In Vergangenheit und Gegenwart. Und aus jedem Verbrechen und jeder guten Tat wird unsere Zukunft geboren. Ich werde dich nie mehr allein lassen. Cloud Atlas. Alles ist verbunden. Ich bin Israel. Ich bin ein Teil der Welt, ich sehe dir alles irgendwas gesessen. Ich impeachment mich. Ich bin nicht unbedingt Total ab, Vielen Dank.